Campus Study, ein Podcast der Hochschule Albstadt-Siegmaringen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Campus Study. Vielleicht fragt sich der ein oder andere von euch, wie man eigentlich an einen Studienplatz kommt, zum Beispiel natürlich gerne an unserer Hochschule. Und in der Tat ist der Bewerbungsprozess ein mehrstufiges Verfahren. Auf den ersten Blick wirkt es vielleicht ein bisschen kompliziert, aber keine Sorge, um das Ganze zu verstehen, braucht ihr keinen Doktortitel. Der kommt vielleicht später noch irgendwann. Um euch den Bewerbungsprozess aber heute einfach mal ganz kurz und verständlich zu erklären, habe ich Eva Kastern von unserer studentischen Abteilung zu Gast und zusammen möchten wir euch gerne Schritt für Schritt mal durch den Bewerbungsprozess durchführen. Mein Name ist Corinna Korinth, ich bin Pressereferentin hier an der Hochschule und jetzt soll es auch wirklich losgehen. Liebe Eva, schön, dass du da bist. Hallo, ich freue mich auch, dass ich da bin. Vielleicht stellst du dich und was du bei uns an der Hochschule machst, einfach mal ganz kurz vor. Ich bin im Studierendensekretariat tätig und insbesondere für die Zulassung zuständig. Okay, also genau die richtige Ansprechpartnerin. Ja, wir wollen ja heute über den Standardprozess sprechen. Es gibt natürlich für den einen oder anderen immer ein paar Besonderheiten. Es gibt Quereinsteiger, Leute, die schon mal woanders waren, aber uns geht es heute um den Standardprozess. Schüler, Schülerin, frisch von der Schule bewirbt sich um einen Studienplatz und wir stellen uns jetzt einfach mal vor, ich bin das und möchte mich zum allerersten Mal in meinem Leben um einen Bachelorstudienplatz bewerben. Was ist hier der erste notwendige Schritt? Ja, man sollte sich im Vorfeld schon mal informieren, was man genau studieren will, welchen Studiengang und wo der angeboten wird. Denn man muss sich erst mal entscheiden, gibt es mehrere Hochschulen? Dann gehe ich über hochschulstart.de. Hochschulstart.de koordiniert das Zulassungsverfahren für Deutschland und da kann man dann seine ganzen Bewerbungen gut im Blick behalten. Das andere wäre, wenn man genau weiß, man will nur diesen einen Studiengang von uns, dann kann man sich direkt über unsere Homepage bewerben, ohne vorher bei Hochschulstart gewesen zu sein. Gibt es denn da irgendwelche Fristen, die ich beachten muss? Und wenn ja, wo finde ich denn immer so die aktuellen Deadlines? Ich weiß, dass sich das jetzt wegen Corona auch manchmal so ein bisschen verschoben hat. Wie bleibe ich da immer auf dem Laufenden? Die Fristen sind auf den Homepages von hochschulstart.de und von uns immer aufgeführt. In der Regel ist es immer der 15. Januar für das Sommersemester und der 15. Juli für das Wintersemester. Wenn sich da etwas verändert, dann würde es auf den jeweiligen Homepages stehen. Also du hast es vorhin ja schon mal gesagt, der Normalfall ist ja, dass man sich vorher über die Studiengänge informiert hat. Gehen wir mal davon aus, das habe jetzt auch ich gemacht. Aber was mache ich denn, wenn ich mich an unserer Hochschule für mehrere Studiengänge interessiere, weil die sich vielleicht nicht ganz unähnlich sind, zum Beispiel im technischen oder naturwissenschaftlichen Bereich? Also du kannst dich für maximal zwei Studiengänge bei uns bewerben. Bei anderen Hochschulen kann das anders sein. Bei uns sind es maximal zwei. Okay. Und wie geht das dann mit der Bewerbung bei uns an der Hochschule ganz konkret weiter? Also bei der Bewerbung loggst du dich ein und gibst deine Daten dann ein in unser System bei uns auf der Homepage. Da klickst du dich durch. Am Ende der Online-Bewerbung wird ein PDF generiert. Der sogenannte Bewerbungsantrag, den druckst du aus, unterschreibst und da steht dann auch drauf, welche Anlagen du beilegen musst und das schickst du uns alles dann her. Okay. In diesem Online-Bewerbungs-Fragebogen, was muss ich da so alles angeben? Kannst du das vielleicht noch kurz beschreiben? Das ist grundsätzlich Name, Geburtsdatum, Anschrift, eine E-Mail-Adresse, unter der wir dich erreichen können. Das ist ganz wichtig und die solltest du auch aktiv schalten und nicht sperren, damit wir dich immer über den Stand des Verfahrens informieren können. Wann du dein Abitur, also die sogenannte Hochschulzugangsberechtigung gemacht hast, Telefonnummern, solche Dinge musst du eintragen. Und natürlich dann, welchen Studiengang du möchtest. Okay, dann drücke ich aufs Knöpfchen, dann geht bei euch irgendwas ein. Ja, dann ändert sich der Status deiner Bewerbung in digital eingegangen. Und wenn du dann alles ausgedruckt hast und hergeschickt hast, dann wird es von uns bearbeitet und der Status ändert sich wieder dann in Bearbeitung. Und wenn alles angekommen ist und alles in Ordnung ist und nichts mehr fehlt und deine Abiturnote richtig da ist und so weiter, dann setzen wir den Status und der heißt gültig. Und dann nimmt deine Bewerbung bei uns am Bewerbungsverfahren teil. Okay, kann es vielleicht auch mal passieren, dass sich der Status in Bearbeitung gar nicht ändert und gar nicht auf gültig umswitcht? Was mache ich dann, wenn ich Panik kriege? Ja, wenn du Panik kriegst, dann solltest du unbedingt ins Bewerbungsportal gucken. Wir können da Nachrichten hinterlegen. Also wenn zum Beispiel eine Unterlage nicht komplett ist, du hast vielleicht nur eine Seite kopiert und die Rückseite fehlt oder es fehlt die Unterlage völlig, dann hätten wir das da aufgeführt. Du könntest da lesen. Wir können auch freien Text hinterlegen. Also bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf oder was auch immer. Das würde dann im Bewerbungsportal stehen und dann könntest du auch sehen, ob dieses Dokument für das Zulassungsverfahren relevant ist und dann musst du es schicken, sonst kannst du nicht am Zulassungsverfahren teilnehmen. Kann natürlich auch mal passieren, dass irgendwelches Speichern nicht funktioniert hat. Also immer sich melden, wenn du da jetzt wirklich nichts findest im Portal, dann ruf lieber mal einmal zu oft an, als dass du dann abwartest. Der Status muss gültig sein. Also gehen wir mal davon aus, ich habe jetzt alles richtig gemacht. Alle Unterlagen liegen bei euch an der Hochschule in der studentischen Abteilung korrekt vor. Wie geht es dann weiter? Ist ja dann immer noch nicht fertig, der Prozess? Nein, der ist noch nicht fertig. Jetzt kommt es darauf an, ist es ein zulassungsfreier Studiengang. Der könnte zum Beispiel sofort zulassen oder vor dem Bewerbungsschluss zulassungsbeschränkte Studiengänge. Wir müssen natürlich abwarten, bis sich alle Leute fertig beworben haben. Und dann entscheidet eine Auswahlkommission, bis zu welcher Note zugelassen werden soll. Da kann es ein paar Tage länger dauern. Bei den zulassungsfreien, das sind fast alle unserer Bachelor, geht es sehr schnell. Also kann vor dem Bewerbungsschluss sein oder zum Bewerbungsschluss oder ganz kurz danach, gibt es dann Zulassungsangebote. Dann ändert sich der Status wieder. Das neue Status heißt, Zulassungsangebot liegt vor. Das heißt, wir machen dir ein Angebot. Du wirst über jede Statusänderung wieder per E-Mail informiert. Wenn du das nicht ausgeschaltet hast, kriegst du es also mit. Und ich vergleiche das immer mit einer Schachtel Pralinen. Diese Zulassungsangebote kannst du natürlich auch von anderen Hochschulen kriegen. Wenn du dich jetzt in anderen Hochschulen auch beworben hast, dann laufen diese ganzen Bewerbungen zusammen. Und du hast dann nachher eine ganze Schachtel mit hübschen Pralinen-Zulassungsangeboten. Aber du musst dich dann entscheiden. Du darfst nachher nur noch eins nehmen. Also was mache ich, wenn ich jetzt ein Zulassungsangebot von der Hochschule Abstadt-Sigmaringen habe? Aber ich liebe Eugel auch noch mit anderen Hochschulen, mit anderen Studiengängen. Bis wann muss ich mich da entschieden haben? Ja, du sprichst jetzt den Fall von hochschulstart.de an, wo du mehrere Bewerbungen sehen kannst. Und du kannst jetzt abwarten, was die anderen Hochschulen machen, wann die zulassen, ob sich da was tut, und ob mehrere Pralinen noch erscheinen in deiner Auslage. Aber irgendwann macht hochschulstart.de, dann hat eine Frist und dann wird ein Zulassungsangebot ausgesprochen. Das heißt, eine von diesen ganzen Bewerbungen, die dann als am höchsten priorisiert ist, also bei dir auf Nummer eins, das wird dann eine Zulassung und alle anderen fallen weg. Weil der Sinn von Hochschulstart ist ja, dass nicht einer zwölf Studienplätze blockiert und andere Leute gar nicht zum Zuge kommen. Sondern dann gibt es da eine Frist bei Hochschulstart. Da müsstest du dich also informieren, wann die ist und richtig priorisieren, dass dein Lieblingsstudiengang oben ist. Und dann kannst du abwarten, bis Hochschulstart die Entscheidung für dich trifft. Du kannst aber auch jederzeit vorher selbstständig eine Entscheidung treffen, dir eine Praline raussuchen. Und dann fallen aber alle anderen Studiengänge weg. Alle anderen Zulassungsangebote sind dann weg. Wenn du dich über die Direktbewerbung bei uns bewirbst, kannst du ja dann, wenn du ein Zulassungsangebot hast, das annehmen. Oder auch noch zuwarten. Vielleicht hast du noch ein Jobangebot oder sowas. Aber je länger du wartest, desto später bekommst du dann auch von uns wieder eine Rückmeldung. Ganz grundsätzlich noch der Hinweis, wie das mit dem Priorisieren auf hochschulstart.de funktioniert. Das könnt ihr euch auch da anschauen. Da gibt es ein Erklärvideo, das das eigentlich ganz schön verdeutlicht. Okay, ich entscheide mich jetzt aber natürlich für einen Studiengang an der Hochschule Abstadt-Siegmaringen. Und nun ist es jetzt endlich soweit. Jetzt hast du das Zulassungsangebot angenommen. Und das heißt für uns, jetzt können wir dir den Zulassungsbescheid schicken. Also warte dann bitte noch ein bisschen, bis du per Post unseren Zulassungsbescheid kriegst. Da sind dann auch weitere Infos drin zur Zahlung des Semesterbeitrags oder zu den Vorkursen, den sogenannten Propedeutikum. Und dann kannst du den Studienplatz annehmen, digital die Online-Immatrikulation, also Einschreibung durchführen. Aber da wartest du am besten, bis du den Zulassungsbescheid bekommen hast. Denn dann steht da nochmal genau drin, wie es geht. Da ist also Punkt für Punkt aufgeführt, was die nächsten Schritte sind. Okay, das heißt, da kann nichts schief gehen. Da kriege ich eine Step-by-Step-Anleitung von der Hochschule zugeschickt. Und dann beantragst du die Immatrikulation, druckst schon wieder ein PDF aus, legst wieder neue Unterlagen dazu und lädst auch dein Foto hoch für den Studierendenausweis. Und dann schickst du uns das alles wieder zu. Okay, und natürlich muss ich auch das Geld, also den Semesterbeitrag überweisen an die Landesoberkasse in Karlsruhe. Ja, das dauert dann immer ein bisschen, bis das Geld bei uns ist. Man muss so mit zehn Tagen rechnen. Karlsruhe zieht das Geld für alle Hochschulen in Baden-Württemberg ein. Deswegen ist es auch ganz wichtig, dass der Verwendungszweck richtig drauf ist, dass sie nämlich dann wissen, an welche Hochschule sie das Geld weiterleiten müssen. Und wenn das Geld dann hier ist und deine ganzen Unterlagen und alles in Ordnung ist, dann können wir wieder loslegen. Unser System generiert dann für dich Zugangsdaten, die wir dann ausdrucken. Und dann erstellen wir einen Ausweis für dich mit deinem Foto. Und schicken dir das dann alles wieder per Post zu. Und dann kann das Studium im Prinzip losgehen. Wunderbar. Dann komme ich mal zum Semesterstart bzw. zu den Vorkursen, um mich auf den neuesten Stand zu bringen, schon mal Kommilitonen kennenzulernen. Das beginnt immer so ein, zwei Wochen vor dem eigentlichen Vorlesungsbeginn. Dann komme ich dann an die Hochschule und dann geht es endlich los, oder? Ja, für diese ProBedeutica kannst du dich online anmelden auf unserer Homepage. Das steht in dem Flyer, den du mit dem Zulassungsbescheid bekommst oder mit den Unterlagen. Da ist ein Flyer herbei. Da steht dran, wie der Link ist. Und da kannst du dich für die einzelnen Veranstaltungen vom ProBedeuticum eintragen. Und dann lernt man schon mal so ein bisschen vorher ohne Druck kennen, wo geht es lang, wie funktionieren die Systeme, wo kann ich meine Bescheinigungen ausdrucken, wie komme ich an eine Fahrkarte und so weiter. Das ist dann ganz schön, wenn man das so in Ruhe zwei Wochen vorher oder eine Woche vorher, je nach Studiengang, schon erledigt hat. Dann kann das Studium ganz holperfrei losgehen. Ja, hoffentlich. Das fängt dann an mit dem ersten Tag. Also wir verschicken auch einen Stundenplan für den ersten Tag, weil dann die Studiengänge ihre eigenen Stundenpläne haben. Das wird einem dann am ersten Tag erklärt. Ja, und am ersten Tag gibt es dann so eine Einführungsveranstaltung, wo man auch nochmal die Bibliothek kennenlernt oder die IT und die Computersysteme, wie man da reinkommt und so weiter. Das wird einem am ersten Tag dann alles gezeigt. Wunderbar. Also ihr merkt, um so ein bisschen Verwaltung kommt ihr nicht drum herum, wenn ihr einen Studienplatz bei uns haben möchtet. Wir freuen uns natürlich darauf, wenn ihr das auf euch nehmt und wir euch möglichst bald bei uns als Studierende begrüßen dürfen. Einfach zum Abschluss nochmal ein paar wichtige Hinweise. Bitte gebt immer eine total aktuelle E-Mail-Adresse an, die ihr auch im Blick behaltet und checkt eure E-Mails. Das ist ganz, ganz wichtig in dieser Phase. Wenn ihr euch direkt bei uns bewerben möchtet, findet ihr ganz einfach auf unserer Startseite hs-albsig.de im unteren Drittel, sage ich jetzt mal, direkten Zugang zum Bewerbungsportal. Ja, liebe Eva, ich glaube, wir haben unser Bestes gegeben, oder? Ja, hoffen wir mal auf viele Bewerbungen. Vielleicht noch ein kleiner Nachtrag. Ob man sich über hochschulstart.de oder direkt auf unserer Seite bewirbt für zulassungsfreie Studiengänge, hat das überhaupt keine Nachteile oder Vorteile. Da kriegt jeder einen Studienplatz, der sich bei uns bewirbt. Ja, wunderbar. Wenn er die Voraussetzungen erfüllt, natürlich. Er muss natürlich die Unterlagen alle bringen und den Semesterbeitrag bezahlen und so weiter. Aber dann garantieren wir einen Studienplatz. Hochschulzulassungsberechtigung darf natürlich auch nicht fehlen. Ja, genau. Also das ist ja klar. Okay, ja, liebe Eva, herzlichen Dank, dass du heute zu Gast warst. Und euch danke fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war Campus Study. Ein Podcast der Hochschule Albstadt-Siegmaringen.